So, meine Damen und Herren, wir starten mit der heutigen Fortbildung. Es geht dieses Mal um Schmerzen und wie sich das für Geriatrie am Freitag gehört, geht es um Schmerzen bei älteren Menschen. Und ich freue mich, dass wir hier auch unterschiedliche Berufsgruppen an Bord haben. Wir sind interdisziplinär und interprofessionell. Es ist Pflege zugeschaltet, es sind Therapeutinnen hier und es ist auch ein Psychiater mit dabei. Das freut mich auch. Schmerzen im Alter ist sicherlich anders zu therapieren als bei jüngeren Menschen. Und gerade auch wegen der Frage Risk-Benefit, also Nebenwirkung und Wirkung, glaube ich, ein relevantes Thema, wo man gerade im Alter auch besonders darauf achten sollte. Wir starten mit den Patienten und zwar immer mit der Eingangsfrage. Ich habe hier eine Frage formuliert mit fünf verschiedenen Antworten oder fünf Antworten, die für sich stehen können. Deswegen lesen Sie sich das mal bitte in Ruhe kurz durch. Was gilt, tut mir leid, das ist leider falsch formuliert, was gilt bei der Behandlung von Schmerzen? Bei akuten Flangenschmerzen aufgrund von Leometastasen kann man auch Morphin aus der Hand spritzen. Schmerzpflaster sind im Alter vorzuziehen, da auch bei Schluckstörungen wirksam. NSAID, also Ibuprofen, Celicoxib, was auch immer, sind bei 80 plus nie indiziert. Wegen den bekannten Risiken und Nebenwirkungen. Hier Diclofenac und Celicoxib wirken ähnlich oder vielleicht sogar gleich. Und Metamizol geht immer. Wir lösen es nachher auf. Ich habe einen Fall mitgebracht, 84er Patient aus der Unfallstirurgie. Wir sind ja Geriater und Geriaterinnen und machen ein geriatrisches Assessment, also eher eine fitte Patientin. Der Bartel zeigt, dass sie doch aber Alltagseinschränkungen hat. Fit, kognitiv, minimal 27, kommt ein bisschen darauf an, von welchem Niveau. Schwere Arthrose, möglicherweise deswegen auch Schmerzen. Schmerzen, hat aber auch eine LWK-3-Fraktur. Wahrscheinlich dann doch eine Osteoporose auch. Herzvergänz 72 pro Minute, Blutdruck und so weiter, relativ unauffällig. Ein bisschen CAP, bei Aufnahme niedergestimmt, insgesamt freundlich zugewandt. Schwer aufzustehen wegen Schmerzen. Vor allem sagt sie aber in den Knien beidseits, aha, mehrere Stürze in den letzten Wochen. Der letzte vor drei Wochen Röntgen ist erfolgt. Jetzt würden wir natürlich bei so einer Patientin erstmal auch noch deutlich Diagnostik machen und uns überlegen, was wir mit diesen ganzen Informationen anfangen können. Wir gehen heute aber nicht im Allgemeinen auf die Diagnostik ein, weil wir sonst zu viel in dem Diagnostikraum wabern würden. Und wir haben relativ viel schon zu besprechen bezüglich medikamentöser Therapie. Aber wir kommen noch mal ein bisschen auf die Diagnostik auch zurück. Und ich möchte auch hinweisen auf die SOP, die es ja schon seit letztem Jahr gibt, zu Schmerzen im Alter. Wir haben ja verschiedene SOPs zu verschiedensten Themen. Und da können alle, die hier sitzen und alle, die sich von außen zugeschaltet haben, übrigens auch sehr, sehr gerne eben darauf zugreifen. Also nutzen Sie die Möglichkeit, auch diese SOPs dann zu nutzen. Und da sind zum Beispiel so Fragen wie Red Flags, das sehen Sie hier, oder weitere Maßnahmen. Also ich denke, solche Sachen machen auf jeden Fall Sinn, dass dann im Weiteren, hier kommt es auch, genau Red Flags, oder weitere Maßnahmen eben genauer zu betrachten. Aber das nur als Hinweis, dass Sie da noch mal genauer nachlesen können. Jetzt gehen wir aber zur Therapie. Und das waren die Medikamente, die die Patientin hatte. Und ich habe hier die Medikamente, die schmerzwirksam sind, noch mal etwas herausgehoben. Wir sehen, wie das nicht selten der Fall ist. Wird übrigens immer weniger, kommen Patienten auch mal mit dreimal pro Tag Ibuprofen. Ich glaube, da sind wir schon alle sehr kritisch bei einem Creatinin von 1,8 mit Fentanylpflaster. So etwas, was wir durchaus häufiger haben. Und sie hat noch Zitalopram. Also vielleicht hat sie das wegen einer Depression oder wegen dieser Dysthymie, diesem Niedergestimmtsein. Vielleicht hat da auch jemand sich Gedanken gemacht, der hat gesagt, er möchte eine multimodale Schmerztherapie machen. Ist das das richtige Medikament? Da können wir gerne nachher mal diskutieren drüber. Aber grundsätzlich, wenn wir bei geriatrischen Patienten Schmerztherapie machen, haben wir multimorbide Patienten. Und wir müssen als Geriaterinnen und Geriater verschiedenste Dinge betrachten. Und ich habe jetzt mal vier Sachen aufgeschrieben, ich glaube, die wesentlich sind und extrem wichtig auch für die Wahl der Schmerzmedikation. Das ist natürlich die klassische Schmerzmedikation bei allen Patienten, die wir kennen. Wir haben die Additivmedikamente. Wir müssen sehr stark, denke ich, auf Themen wie Interaktion gucken. Bei der Morbidität muss man sich natürlich fragen, was ist das für ein Patient? Ist das eine End-of-Life-Situation? Was möchte der Patient wieder erreichen? Kommen wir gleich nochmal dazu. Psychokognition. Wie ist denn der Patient von deiner kognitiven Leistungsfähigkeit? Ist vielleicht eine milde kognitive Störung, MCI dabei? Ist da eine Depression, Anpassungsstörung mit dabei? Und Funktion ist natürlich extrem relevant. Wie geht es denn gerade und was war bisher möglich und was soll zukünftig möglich sein? Was soll erreicht werden? Und deswegen, ich möchte es einfach nochmal erinnern, arbeiten wir Geriater anders. Wir machen ein Assessment. Wir haben im Gegensatz zu einem Schwerpunkt einer inneren Medizin, das ja organbezogen ist, Kardiologie und so weiter, oder eine allgemein innere Medizin, die multimorbiditätsbezogen ist, ist in der Geriatrie das Thema Funktion ganz im Vordergrund. Und deswegen sollten wir auch das immer im Hinterkopf haben. Wir integrieren diese Bereiche. Und wir haben deswegen ja auch unser Geriatrisches Assessment, mit dem wir, wird hier auch oft als Stethoskop der Geriatrie bezeichnet, versuchen die Patienten im Gesamten zu verstehen und das Fallverständnis, denke ich, dadurch deutlich erweitern können und deswegen auch eine differenzierte Therapie machen. Und wenn man jetzt für diese Patientin die Sachen anschaut, dann haben wir hier die Therapie nochmal, die Medikamente. Wir haben hier ein Interaktionspotenzial. Ich glaube, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber das ist was, das sollte man betrachten. Edoxaban, Zitalopram und Fentanyl und das Ibuprofen. Sicherlich auch kein Medikament-Drug-Disease-Interaktion, was ideal ist. Dann haben wir natürlich hier mit der Mobilität verschiedener Erkrankungen, wie zum Beispiel eine schlechteren Nierenfunktion. Passt einfach nicht zusammen. Wir haben fünf aktive Erkrankungen, wir haben eine Anämie und wir haben sicherlich bei der Patientin, die vorher selbsthilfefähig war, keine typisch palliative Situation. Der Minimental ist 27 von 30, die Uhr leicht eingeschränkt, aber ansonsten relativ gut. Und sie ist von den Alltagsfunktionen hier bei einem Bartel-Index ungefähr da oder Clinical Frailty Scale von, ja, was ist die Clinical Frailty Scale? Wir machen es ja gerade immer. Es zählt immer, wie der Patient vor seinem Akutereignis war, also zwei Wochen vor dem Assessment-Zeitpunkt. Und da war sie sicherlich, so wie wir das, kann ich Ihnen jetzt sagen, Sie wissen es nicht, bei zwei, drei, vielleicht auch vier, aber sie war auf jeden Fall noch selbsthilfefähig und nicht schwerst vulnerable. Also, was ist unser Ziel? Ich denke, unser primäres Ziel für so eine Patientin muss erstmal sein, dass sie eine Schmerzkontrolle hat. Und da muss man sich fragen, was ist denn die Evidenz für geriatrische Patienten? Und da kommen wir nachher nochmal im Einzelfall zu den Medikamenten dazu. Aber wir können sagen, es gibt unglaublich wenig systematische Reviews. Und wenn man diese Sachen anguckt, es gibt viele Reviews zu Schmerzmedikationen, aber das ist praktisch nie exklusiv für ältere Menschen und auch nie mit Endpunkten, die für ältere Menschen extrem interessant sind. Diese ganzen funktionellen Endpunkte, die findet man ganz, ganz wenig. Wäre natürlich super schön, wenn wir das hätten. Interessanterweise auch diese ganzen Studien, die zur Schmerzmedikation mit verschiedenen Medikamenten da sind, die laufen meistens so zwölf bis sechzehn Wochen. Und jetzt ist ja das, was wir hier haben, wir kriegen Patienten, die haben seit zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahren Schmerzen. Und ob die dann später Nebenwirkungen bekommen von Medikamenten, die in der aktuellen Zeit jetzt vielleicht im Krankenhaus, auch wir sehen die Patienten ja oft manchmal auch hier drei Wochen, dann wirklich wirken, das ist was, das können wir ganz schlecht abschätzen. Da hätten wir natürlich gerne Langzeitstudien. Und die gibt es im Grunde nicht. Ich möchte noch eins sagen. Wir haben hier, oft kommt, wenn man googelt oder PubMed Research macht, kommt dieser Begriff CNMP. Chronic Non-Malignant Pain. Oder auch CNCP. Chronic Non-Cancer Pain. Also das sind die Patienten mit chronischem Rückenschmerz, mit Arthrose und so weiter. Also wenn man in die Richtung mal sich evidenzbasiert erkundigen möchte, muss man das nachgucken. Und ich habe ja gerade gesagt, also mehr als zwölf Wochen hat fast keiner. Was wir aber wissen ist, dass die Patienten bei uns eine unterschiedliche Pharmakokinetik und Dynamik haben, weil Resorption eingeschränkter ist, weil der Verteilungsmechanismus anders ist. Wir haben Patienten mit oft mehr Fett im Vergleich zum Muskel. Das heißt, lipophile Substanzen verteilen sich mehr, fluten langsamer an und halten dann auch länger. Wir haben einen anderen reduzierten Metabolismus und wir haben meistens, wie bei jeder Patientin auch, gerade Niere, 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 eine reduzierte Elimination. Deshalb bei Patienten, und jetzt ist es ganz wichtig, mit chronischen Schmerzen. Start low, go slow als Grundregel. Ich denke, das kann man absolut so sagen. Was ist der Unterschied? Wenn Patienten akute Schmerzen haben, dann müssen wir natürlich mit den Patienten was tun. Und dann macht es einfach keinen Sinn, und das muss ich nochmal ganz klar sagen, dass wir, und es tut mir für alle Therapeutinnen, die heute sehr wenig über die nicht-medikamentöse Schmerztherapie sprechen, weil man natürlich sehr, sehr einzeln auf verschiedene Schmerzarten eingehen muss und auf die Frage, wo ist denn der Schmerz? Sondern es geht hier jetzt wirklich um das internistisch, geriatisch-medikamentöse. Aber was ist, wenn jemand akute Schmerzen hat, dann muss ich ja nicht, dann will ich nicht ein Pflaster von 12 auf 25 Mikrogramm erhöhen, sondern dann möchte ich schnell dem Patienten helfen. Also Bedarfsmedikation. Und bei Patienten mit wirklich schweren Erkrankungen, zum Beispiel in einer palliativen Situation und einer Tumorerkrankung, kann man sich auch mal neben dem Bett setzen mit einer Morphin-Spritze und kann dem Patienten Schmerz nehmen, indem man einfach sitzen bleibt und guckt, ob der Patient durch das Morphin schmerzfrei wird. Und IV, auch das ist möglich. Man muss es nicht alles immer subkutan geben. Also im Zweifel, wenn der Patient wirklich starke Schmerzen hat, dann kümmert man sich direkt. Ansonsten gibt es so ein paar Daten, die, wie ich finde, sehr interessant sind, zu der Frage Schmerzschwelle. Ich zeige gleich nochmal so ein Bild und ich kann es gleich aufrufen. Man sagt bei geriatrischen Patienten, wie gut die Evidenz dazu ist, möchte ich jetzt gar nicht kommentieren, aber, dass ältere Menschen eher die starken Schmerzen überschätzen und die leichten Schmerzen unterschätzen. Es tritt so eine Nivellierung ein. Und ich glaube, die ein oder anderen nicken auch hier. Ich glaube, das ist etwas, was wir öfter mal sehen, dass wir das Gefühl haben, okay, das ist vielleicht auch sehr stark funktional überhöht, hat vielleicht ganz andere Themen. Früher hat man das immer unter Somatisierung abgetan, aber ich glaube, das ist viel, viel komplexer. Können wir nachher auch diskutieren. Aber was man auch sagen muss, es werden oft so leichte Schmerzen, werden oft auch unter den Tisch gekehrt und man sieht vielleicht Dinge nicht so, vor allem, weil vielleicht auch noch eine Dekarnation da ist, ein Diabetes, die Neuropathie und damit dieser Schmerz vielleicht auch nicht so wahrgenommen wird. Das kann natürlich sehr viel auch physiologische Gründe haben, warum das so ist. Also dieses Thema Schmerzintensität ist so ein Thema, wo wir ständig dran sind. Da haben wir natürlich kognitiven Probleme, wir können das nicht so richtig abschätzen. Für uns sind, glaube ich, wieder, wir sind Geriater, funktionell arbeiten, individuell bedeutsame Ziele als Therapieziel zu wählen. Und da kommen wir wieder sehr gut zusammen, auch mit der Therapie. Also die Frage ist, was wollen Sie denn erreichen, selbstständig vom Bett auf die Toilette gehen zu können, den Transfer selbstständig hinzubekommen. Und das unter Kontrolle der Schmerzen. Und solche Sachen zusammenzubringen, ist viel, viel wichtiger, als ob das jetzt fünf oder sieben vor zehn sind. Also so eine Zieldefinition eben hinzukriegen. Tumai, das war jetzt ein bisschen... Ich bin zurückgerutscht. Gut. Also, unsere Grundregel jeder medikamentösen Schmerztherapie, das sind so ein paar Sachen, die ich hier noch mitgebracht habe, weil ich denke, das ist hilfreich, dass ich mal bewahrt werde. Fast jedes Medikament, das wir haben, hat problematische Number-Needed-to-Harm. Sie kennen die Opioid-Krise, wir wissen die Nebenwirkungen von den NSAIDs. Wir wissen aber auch, dass fast jedes dieser Medikamente, das ist bei der Schmerztherapie oft anders, als es bei so präventiven, kardiovaskulären Medikamenten, die Number-Needed-to-Treat, viel, viel niedriger ist. Wenn Sie einen Kopfschmerzen haben und nehmen Ibuprofen, dann ist der Kopfschmerz meistens nach einer halben Stunde besser. Also, den Number-Needed-to-Treat ist dementsprechend gut. Jedoch, muss man auch sagen, mit auch nicht immer sehr hoher, effektiver Schmerzreduktion. Es ist nicht so, dass das dann von 9 auf 0 geht, sondern das dann vielleicht auf 6 und ist dann erträglich. Und das ist gerade bei den chronischen Schmerzen in diesen Studien oft erstaunlich. Die nehmen dann über Wochen, Monate Medikamente und haben dann auf einer Skala von 100 eine Schmerzreduktion von 3, 4 oder 5 Punkten. Das kann signifikant sein. Die Frage ist, ist es klinisch relevant? Da hat der Patient da was davon. Das ist deswegen in diesen Studien immer sehr schwierig, dann den Net-Benefit abzuschätzen. Ich habe gedacht, wir machen das wieder anhand so Fragen, wie ich relevant finde für die Therapie und habe deswegen diese Fragen hier aufgeschrieben. Wir gehen jetzt einfach mal durch und fangen an mit, dürfen Geragepatienten überhaupt NSAR einnehmen? Wir dürfen, das ist nicht klar, aber wollen wir es ihnen überhaupt verschreiben? Da müssen wir angucken, wie ist denn da die Evidenz? Und ich kann euch sagen oder Ihnen sagen, am schwierigsten ist es sicherlich bei chronischem Rückenschmerz. Da gibt es einige Meta-Analysen. Eine gute aus dem POCRAN-Database ist die hier, die gesagt hat, und das kann man hier unten nochmal lesen, NSAIDs are slightly more effective than placebo regarding disability, also eine relevanten Outcome, Funktionärung von Disability, Beeinträchtigung im Alltag. However, the magnitude of the effects is small and the level of evidence is low. Bei Arthrose-Schmerzen, Entschuldigung, da sind die Dosis-Wirkungseffekte besser. Und vor allem übrigens nachweisbar für Celicoxib, Diclofenac und Naproxen. Und das ist ganz interessant, weil das durchaus unterschiedliche Substanzen sind. Die einen mehr auf COX-1, die anderen mehr auf COX-2 oder so gemischt. Und deswegen durchaus interessant, dass da kein großer Unterschied in der Evidenz da ist. Es kommt natürlich darauf an, was sind für Studien gemacht worden, wer hat welches Medikament angesetzt, wie sind die Patienten ausgewählt worden und so weiter. Aber man kann so allgemein, als so grobes Fazit eigentlich sagen, bei chronischen Rückenschmerzen ist für NSAR der Risk-Benefit eigentlich nicht so wirklich nachweisbar. Bei Patienten, die so arthrotische Beschwerden haben, chronische, Kniegelenks, Coxarthrose und so weiter, ist das aber gar nicht so schlecht. Immer mit der Frage, wie ist es denn eigentlich bei gebrechlichen Alten? Können wir nicht sagen, muss ich ganz klar sagen. Jetzt kann man sich fragen, natürlich, welches NSAID ist das Beste? Und es gibt natürlich keine Head-to-Head-Studie, die bei einem Patienten mit einer chronischen Polyarthrose gesagt hat, okay, 100 Leute kriegen Metamizol, 100 Leute kriegen Valoron, 100 Leute kriegen Celicoxib und 100 Leute kriegen Ibuprofen und andere 100 Leute Diclofenac. Es gibt keine Head-to-Head-Studie in der Hinsicht, aber es gibt so ein paar Arbeiten, die sind teilweise sehr alt, hier von McQuay aus 2006. Die haben mal aus den Studien davor, die sind ja teilweise auch schon sehr alt, weil das sind ja Medikamente, die es schon lange auf dem Markt gibt, das mal versucht aufzuschreiben und so eine Nominid to treat gegenüberzustellen. Und das finde ich total interessant, weil hier ist Morphin in der Mitte. Das ist also nicht unbedingt, bei solchen Patienten, das sind alles Schmerzreduktionen bei chronischen Schmerzarten, also da ist nicht unterschieden. Da ist zum Beispiel sowas wie Diclofenac ungefähr auf der gleichen Höhe. Ich denke, da kann man den Unterschied kaum machen, aber Sie seht, die Nominid to treat ist ziemlich niedrig. Jetzt sind wir hier bei zwei, drei, vier, fünf. Paracetamol ist somit das Schlechteste. Und wenn man so eine NNT anguckt, ich weiß nicht mehr, was in dieser Studie, kann ich nicht sagen, der Threshold war, ab wann das galt. Ich denke, das war ab wann signifikant war, die Nominid to treat. Ob das eine klinisch relevante Schmerzreduktion war, das ist hier gar nicht. Deswegen ist es ganz schwer, solche Graphen. Aber ich wollte sagen, ich zeige euch mal, das gegenüberzustellen. Kann sein, dass der Effekt von Morphin insgesamt Schmerzen zur Reduktion höher war. Ja, aber die Nominid to treat, die es in der Studie war, war halt signifikant, weil es vielleicht auch viel mehr Patienten waren in dieser Morphin-Studie als im Vergleich zur Paracetamol-Studie und so weiter. Also deswegen, das kann man nicht 100% vergleichen. Aber man sieht, im Grunde ist die NNT, wenn man andere Medikamente anguckt, ziemlich gut. Und es gibt auch, und ich habe mir nochmal geguckt, wo kann man das noch besser vergleichen? Wenn man jetzt sagt, okay, was ist denn das beste Medikament? Sind die Coxibe vielleicht besser? Dann kann man hier diese Übersicht vom Heinrich Burkhardt aus Mannheim angucken, der ja da viel zu gemacht hat. Hier seit 2015 schon publiziert in Schmerz. Ich habe das abfotografiert. Deswegen ist das auch von der Qualität her so mäßig. Aber man sieht, wenn man hier mal ganz grob drüber geht, Ulzera, mehr 4, 16, gastrointestinal Nebenwirkungen hier plus, 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 plus. Indomethazin mit vielleicht das Problematischste, dreimal plus. Gibt man ja eigentlich vor allem zur Kalsifikationsprophylaxe nach Operation. Pyroxamibrofen, Celicoxib vielleicht doch am wenigsten, aber auch nicht null. Aber man sieht bei allem eigentlich, der Unterschied ist marginal. Und es liegt natürlich daran, dass die Medikamente, und ich habe hier mal eine schöne Grafik aus dieser Arbeit von Herrn Grosser, der viel zu dieser Sache publiziert hat. Diese Namen hier sind diese Studien, Vigor, Metal und Klaas waren Studien. Ich habe mal geguckt, wo sind denn die, eher die gastrointestinalen Risiken und wo sind eher die kardiovaskulären Risiken bei Medikamenten, die mehr auf der COX-II-Ebene wirken. haben wir wahrscheinlich sogar ein höheres kardiovaskuläres Risiko als bei den Medikamenten, die mehr auf der COX-I-Ebene oder der gemischten Ebene wirken. Vieles ist übrigens davon überhaupt nicht verstanden. Ich komme gleich noch zum Metremizol. Da weiß man auch gar nicht so genau, wie das eigentlich wirkt. Das hat irgendwas mit COX-I, COX-II zu tun, aber warum hat es kaum gastrointestinale oder renale Nebenwirkungen? Das kann im Augenblick keiner wirklich genau sagen. Spannend, Metremizol ist noch was, deswegen habe ich da zwei, drei Folien dazu, wo wir uns nochmal genauer hinschauen. Aber was man hier sagen kann, so ein Diclofenac ist relativ nah von der Wirkweise her beim Celicoxib. Also das, was man an der COX-Ib versteht, ist nicht unbedingt jetzt immer ein Medikament, was komplett anders ist als ein Ibuprofen. Deswegen, die Risiken sind grundsätzlich ähnlich. Nur, je mehr Richtung COX-I, klassische NSAR, desto eher Bleeding, gastrointestinal und je mehr Richtung COX-II, desto eher kardiovaskulär, vielleicht auch renal. Das hat was mit diesem Prostaglandin auch zu tun, die da gehemmt werden. Also muss man sich auch wieder fragen, was ist denn jetzt das beste Medikament? Und ich tappe mal hier, vielleicht gehen wir gleich zum Fazit. Man kann ein bisschen steuern, man sollte eher nach dem Risk-Benefit gehen. Ich sage mal, wenn ein Patient eher gastrointestinale Probleme hat, vielleicht doch eher Richtung COX-I begehen. wenn ein Patient aber eher kardiale oder nephrologische Probleme hat, dann vielleicht doch eher auch in Richtung Ibuprofen und klassische NSAR zu gehen. Und so kann man, glaube ich, ein bisschen steuern, aber von der Wirkung her einen echten Unterschied auszumachen, ist wahnsinnig schwierig. Was wichtiger ist, bringe ich häufiger, ist in dem Fall auch relevant. Bei Patienten, die alt sind, ist die Number Needed to Treat mit einem PPI, Pantozol, eine schwerwiegende Nebenwirkung, meistens Blutung, Disability, die Tod zu verringern, deutlich niedriger. Bei 25, bei über 85 nach dieser Studie und bei etwa 300, bei unter 65 nach dieser Studie, weil das Risiko dafür, die haben mehr Probleme mit Schleimhäuten und so weiter, das ist einfach höher und deswegen hilft das PPI da in der Tat und man muss eigentlich, wenn man eine chronische NSAR-Therapie macht, praktisch immer PPI dazugeben, nicht nur im Krankenhaus. Ja, also Zwischenfazit habe ich Ihnen gesagt, dass alles ein bisschen Steuern macht Sinn. Bei Arthrose ist die Evidenz vielleicht am allerbesten, vielleicht sage ich immer vorsichtig, für Deklofenac, wenn man versucht, alles zusammenzunehmen. Risk-Benefit, vielleicht deswegen ist es immer noch so überall, Ibuprofen ist so wie überall, vielleicht doch noch bis Ibuprofen und immer bitte an PPI und vielleicht auch die Prescribing diskutieren. Die Frage ist, wann muss man es wieder absetzen, wenn man das NSAR absetzt, dann muss man es aus PPI wieder absetzen. Das wird dann leider oft vergessen. So, jetzt wollte es gerade nicht mehr weitergehen, jetzt geht es wieder weiter. Dann kommen wir zur nächsten Frage, wenn das systemisch schwierig ist, warum machen wir dann nicht einfach lokale Therapien? Und da kann man sagen, wenn das funktioniert, dann ist hier auch, hier wieder Evidenz aus guten Arbeiten, hier aus dem Cochrane, da muss man sagen, dann funktioniert das. dass diese Gel-Formulations of Diclofenac, Ibuprofen, Ketoprofen and some patches provide the best effects. Also Diclofenac, Ibuprofen oder Ketoprofen, die meisten, die wir kaufen können in Deutschland, ist Diclofenac. Das gibt es auch so als Pflaster, die dann schon beschichtet sind. Das funktioniert und die Nominated to Treat in diesen Studien ist richtig gut, wenn man da hinkommt. Das Problem ist halt, man kann halt immer auch nicht alles so leicht überall hin cremen und wir wissen, wie das ist, dann gräbt man das hin und dann gräbt man es aber nicht richtig hin oder man geht dann abends ein und geht danach ins Bett. Dann ist es wahrscheinlich überall, aber nicht länger am Knie. Man müsste das eigentlich möglichst hermetisch abriegeln. Wenn man wirklich ganz funktionale Therapie machen möchte und keine großen Allergieprobleme hat mit diesen Medikamenten, kann man auch Folie, Glassichtfolie drüber machen. Dann dampft es nicht nach oben aus, sondern geht dahin, wo es rein soll, zieht dann in der Haut besser ein. Auch das ist durchaus effektiv, aber man muss halt hinkommen. Bei einem Rückenschmerz ist es ja fast unmöglich, topisch zu arbeiten, weil es ja oft so chronische Schmerzen sind, die paravertebral ausstrahlen. Wo schmiert man es denn eigentlich hin? Man kann nicht großflächig einschmieren, dann wirkt es auch wieder nicht. Aber bei so Arthrosen, Kniegeldingen, da sollte man das durchaus probieren, weil es wirkt ja. Und dann ist es doch eigentlich sinnvoll, dann auch da, wo es zugänglich ist, auch zu therapieren. Also vergesst es nicht. Es wirkt auch ein bisschen systemisch, es kommt schon auch an, aber die Nebenwirkungsrate ist natürlich geringer. Was ist mit Paracetamol und Metamizol? Sicherlich auch schwierig. Bei Paracetamol gibt es verschiedene Studien. Es gibt, in der PACE-Studie wurde viel diskutiert, ob die gut gemacht war oder nicht. War eine große Studie. Beim chronischen Rückenschmerz gab es keine signifikante Wirksamkeit. Die Schmerzreduktion war wirklich minimal. Bei Hüft- und Kniearthrose gibt es in dieser WOMAG-Skala, hatte ich vorhin gebracht. Das ist diese 100-Punkte-Schmerzskala von dem WOMAG. Das ist so ein bestimmter Index. Gab es wirklich nur eine 3-Punkte-Reduktion? Das ist natürlich wenig. Ist das jetzt klinisch relevant oder nicht? Haben die ausreichend Paracetamol gegeben? Da muss man sich viele Fragen stellen. Aber man muss schon auch sagen, es gab immerhin in der Währung von 7 von 100 sind die Leberwerte angestiegen. Es gab kein Leberversagen in der Studie. Die haben auch da aufgepasst. Aber das ist natürlich ein Risiko, das wir alle kennen. Deswegen ist Paracetamol in einer niedrigen Dosis eine gute Basistherapie. Und ich nenne das immer so ein bisschen Placebo Plus. Also Paracetamol ist gut, funktioniert, hat keine antientzündliche Wirkung. Placebo Plus. Placebo, wie viel ist ein Placebo-Effekt bei chronischen Rückenschmerzen? Wie viel wird er angenommen? Etwa hat er unterschiedlich? Wie viel Prozent? 20 bis 30 Prozent, sagt man sogar. Also das ist nicht wenig. Und es geht dann wahrscheinlich sogar über diese drei Punkte hinaus. Der Placebo-Effekt ist höher als die eigentliche Schmerzreduktion. Aber warum nicht? Wenn es gut vertragen wird. Wenn ihr deutlich unter 4 Gramm bleibt, 4 mal 500 zum Beispiel, dann hat man wahrscheinlich das Beste daraus, aus Paracetamol geholt. Metamizol. Gibt es wenig gute Studien, aber es ist insgesamt das bessere Medikament. Und ich habe das jetzt gebracht, weil wir haben erst letzte Woche eine Antwort an die EMA geschrieben, die mir geschrieben hatte, dass sie von der EU-GMS oder von den verschiedenen Stakeholders eine Antwort haben möchten, ob Metamizol zukünftig eventuell nicht mehr in der Europäischen Union angeboten werden soll. Weil die Finnen so ein Kombinationspräparat aufgrund von fraglichen Signalen abgesetzt haben. Und wir haben dann nochmal literaturische Recherche gemacht, haben uns insgesamt besprochen und haben gesagt, da müssen wir was dagegen schreiben, weil wir der Meinung sind, dass das Metamizol das bessere Medikament ist als viele NSAID für ältere Menschen. Aufgrund der Gründe, die ich ja gerade geschildert habe. Und das ist übrigens eine Karte, die hat jemand gemacht aus Holland, ein Kollege von der Evelyn van Polk ist, die zeigt, womit der Metamizol gegeben wird. Das ist grün hier, da kann man es als beschrieben. Over-the-counter OTC-Drugs hier möglich. Auch in Russland over-the-counter möglich, in Polen over-the-counter möglich, in Deutschland verschreibungspflichtig. Ich glaube, das stimmt auch. Ist verschreibungspflichtig. Und in Frankreich zum Beispiel ist es nicht erhältlich. In Großbritannien auch nicht. Es ist recht stark energetisch, es ist nicht anti-inflammatorisch oder praktisch nicht, obwohl es eigentlich auch was über Cox zu tun haben sollte. Man weiß es nicht. Es ist gut verträglich und es ist spasmolytisch. Es ist eigentlich ein Medikament, was wir wirklich nutzen. Wenn man dann weiter in die Daten geht, dann kommt man auch unter anderem auf dieses in PlusOne publizierte Review, Metamizol Associated Adverse Event, das Systematic Review und Meta-Analysis. Und die haben verschiedene Sachen angeguckt. Interessanterweise ist Blatt hier, das ist die Frage der Acronylozytose als das große Risiko, die große Gefahr, ist es eigentlich sogar Favors Metamizol. Und wenn man diese Acronylozytose in Nachrichten anguckt, dann findet man eigentlich in allen großen Studien, gibt es auch eine große Studie von Andrade 1999, der Dipyrone-Metamizol untersucht hat. Er hat kein Signal gefunden für Acronylozytose. Es ist eine sehr, sehr selte Nebenwirkung. Die wird immer noch mit 1 zu 100.000 Fälle benannt. Und man muss wirklich sagen, im Vergleich zu Placebo und wenn man es jetzt gegenüber NSAIDs und deren Studien anguckt, da gibt es viel mehr Signale. Das Metamizol ist sehr, sehr sicher das am verträglichsten, das verträglichste Medikament vor allem für ältere Menschen. Und deswegen sind wir da extrem dagegen, dass das vom Markt geht. Wir werden wahrscheinlich keine neuen großen ACTs kriegen, weil das Medikament kostet ja nichts mehr. Das müssen wir investigator-initiated machen. Schwierig. Und was man halt bedenken sollte, wenn jetzt wirklich ein Patient sagt, okay, Untermittamizol, längere Einnahme, Fieber oder so Schleimhaut-Läsionen, dann denkt mal an die blutbedingten Nebenwirkungen. Eine Nebenwirkung noch erinnern, die René Kaiser uns vor, war es letzte Woche oder vor zwei Wochen gesagt hat, in der letzten Woche war es bei Almatran mit der Thrombozytopenie oder Thrombozytose, sondern da ging es um Leber, Dili, ja, also Methamizol kann eine Leberwerterhöhung machen und das ist wahrscheinlich so mit das häufigste Problem von Methamizol, da bitte dran denken und auch mal die Leberinzygnen messen und Methamizol ist auch in der Vorderklassifikation mit B sag mal solide weggekommen, also deswegen kann man das machen und es gibt auch Interessante, habe ich jetzt auch gefunden, finde ich jetzt auch interessant, auch Katrin, vielleicht für dich, Real World Evidence for Beneficial Effects of Deeperone, Deeperone, wenn man Hubmed sucht, Deeperone ist Methamizol, beides suchen, mal kommt es unter Deeperone, mal kommt es unter Methamizol, in 4000 Patients with Pulmonary Hypertension Analysis of Risk of Ventilation and Hospitalization in Acronocytosis, muss zusammenfassen, die haben kein Signal der Acronocytose gefunden, aber hatten bei diesen Patienten aber Achtung, kein RCT, der nur dafür gemacht wurde, gezeigt, dass die Leute, die Methamizol genommen haben, besser, geringere, bessere Lungenfunktionen hatten, deswegen vielleicht eine neue Möglichkeit auch, Methamizol einzusetzen, aber da muss natürlich noch mehr dafür laufen, das kann man jetzt noch nicht stehen lassen. Opioide, großes Thema, ich gehe mal schnell durch, ich habe hier nämlich verschiedene Diagnosen zusammengenommen und da sieht man, es sind teilweise die Pfeile runter, also nutzt nichts, teilweise die Pfeile hoch, also nutzt doch was, da sieht man, wie genau man sich die Sache halt angucken muss, das sind unterschiedliche Meta-Analysen mit unterschiedlichen Endpunkten, man kann eigentlich allgemein sagen, was bei allen diesen Studien, wirklich bei allen diesen Studien, die Therapien bis zwölf Wochen untersucht wurden, das finde ich bei Opioiden, die oft über lange Zeit gegeben waren oder werden wirklich schwierig, am besten ist die Evidenz und das vielleicht ganz gut, weil bei NSAID haben wir die schlechteste Evidenz beim chronischen Rückenschmerz, am chronischen Rückenschmerz. Also vielleicht, wenn man es zusammenfassend sagen würde, NSAID eher Arthrose, chronischen Rückenschmerz vielleicht doch eher auch Opioide versuchen. Metamizol geht eigentlich fast immer. Ich habe die Nermanide to Harms noch zusammengefasst und das ist genau das Problem, der Opioide und deswegen muss man im chronischen Rückenschmerz glaube ich auch aufpassen. Ihr kennt alle das Thema Opioid Crisis in den USA. Wir haben eine kleine Opioid Crisis bei uns, das ist nicht vergleichbar, aber es ist auch ein Thema, wo schnell und viel verschrieben wurde, vor allem, jetzt wird man wieder kritischer, aber vor allem in den Jahren davor, fünf Jahre und früher, vor Corona, ist die Nermanide to Harms für Opioide einfach recht hoch. Was ist da unter All Adverse Events drin? Was ist da alles drin bei Adverse Events, Nebenwirkung von Opioiden? Obstipation, das geht damit ein. Und du kannst ja davon ausgehen, dass du quasi bei jedem Patienten, mit dem ausreichend Opioid gibst, wird der irgendwann eine Obstipation haben, deswegen müssen wir ja auch was dazugeben oder Übelkeit und so weiter. Schwerere Sachen wie Depression, Schlafstörungen und so, immerhin Nermanide to Harms bei 13. Wisst ihr noch den Nermanide to Treat von Morphin? Da waren wir auch bei 4,5. Also der wäre der Risk-Benefit gut. In dem Fall muss man sagen, ist dieses Adverse Events Obstipation, Übelkeit für uns so ein Problem, dass der Risk-Benefit eben entgegen Opioide steht und das muss man sich halt mit dem Patienten gemeinsam überlegen. Aber dass da irgendwas passiert, wenn ich Opioide gebe als Nebenwirkung, das ist noch viel klarer als bei allen anderen Schmerzmedikamenten. Und deswegen, es hilft nichts, man muss das in der individuellen Phase bei den Patienten entscheiden. Man muss auch sagen, das war so das Statement, fand ich gut, aus diesem Age & Aging Paper, A systematic review of the evidence for the efficacy of Opiots for chronic non-cancer pain, also das, was wir gesagt haben, chronische Schmerzen bei zu Hause lebenden älteren Menschen von 2020, also wirklich mal ein Review, was nicht nur für alle, sondern für Alte ging. Und das Statement, the majority of older people experienced ongoing pain despite continuing Opioid Therapy. Ich glaube, das ist auch vielleicht nicht immer erwartbar, das hatte ich am Anfang gesagt, es geht oft um Schmerzreduktion, Schmerzkontrolle, Schmerzfreiheit ist praktisch nicht zu erreichen. Wenn wir jetzt fragen, was ist denn dann speziell im Alter nochmal wichtig, wir haben ja bei uns in der Fortbildung hier immer das Thema, was ist denn für ältere Patienten nochmal ganz, ganz wichtig, dann denke ich, dann sollte man die vier wichtigen Regeln bei den Opioiden unbedingt betrachten, nicht nur im Alter, aber im Alter und ganz besonders. Kognition, Obstipation und Mundtrockenheit kann sich verschlechtern. Hälfte, start low, go slow, Hälfte der üblichen Startdosis wählen, wir fangen hier oft mit zweimal 50 Teledin an. Wer schon mal Teledin selber genommen hat, nehmt mal 50 Teledin-Retard, ich hab's schon genommen, ich hab überhaupt nichts gemerkt, gar nichts, weder eine Nebenwirkung noch eine Wirkung, ich hab's vielleicht nicht lang genug genommen, aber Tramadol übrigens hab ich in der Tat was gemerkt, also Tramadol hat eine schnellere und stärkere Nebenwirkungseintritt, das war aber auch nicht retardiert, was ich sage, da muss man auch dazu sagen. Dann, wir haben typische Interaktionen bei einigen dieser Opioide, auch Fentanyl bitte betrachten, das ist ein anderer Vortrag, ihr kennt aber denkt immer an das Serotonergesyndrom auch, bei Tarpentadol, bei Fentanyl, bei Tramadol und immer auch bedenken, wenn Opioid nicht wirkt, ich hab's schon alles andere drin und ich hab schon eine nicht-pharmakologische Schmerztherapie gemacht und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, denkt auch dran, eine Opioid-Rotation, das hat unterschiedliche Rezeptoren, auf die die Opioide gehen, es kann sein, das Hydromorfon funktioniert nicht, aber Oxycodon funktioniert bei den Patienten, dann eine Opioid-Rotation immer mal bedenken und dann aber auch ein bisschen zurückhaltend sein und nicht über, wir haben manchmal Patienten, die haben das Morphinequivalent MEQ, die haben, die kommen mit chronischen Schmerzen, haben, weiß nicht, 70, 75 Mikrogramm Fentanyl-Gleben, das ist über diesem MEQ. Glaubt ihr, dass das wirklich wirkt, dass das wirklich das Problem ist? Irgendwann hast du eine Tachyphilaxie bei diesem Patienten und der hat einfach das als Status Quo quasi mitgenommen, aber vielleicht waren die Schmerzen ganz anderer Grund, hatten einen ganz anderen Grund und das vielleicht gar nicht in der Richtung. Additive Therapien, nicht vergessen, ich hab hier auch nochmal versucht, NNTs zu finden, auch die funktionieren mit allen Wirkungen und Nebenwirkungen. Duloxetin ist meines nach nicht viel besser verträglich als Amitriptylin und ist dafür aber eigentlich bei Schmerz, zur Schmerztherapie nicht besser untersucht und wahrscheinlich auch nicht sehr viel wirksamer. Hier ist die NNT, Amitriptylin mit Fragezeichen, weil die Evidenz einfach schlecht ist. Beim Duloxetin sagt man bei NNT für Schmerzen vier bis acht, aber wenig Studien zu NNH und ich weiß nicht, wer es versucht hat, ist ja auch bei überaktiver Blase ein Thema, wir haben auch Harnverhalt-Thematiken, wenn man es geschafft hat, 60 Milligramm Duloxetin einzudosieren beim Gerschen-Patienten, Chapeau. Wenn man es ganz ähnlich hat, wenn man es geschafft hat, 150 Milligramm, was eigentlich als wirksame Dosis, 75 wird immer so kritisch gesehen, Chapeau. Also ich glaube, das Amitriptylin ist am Ende verträglicher, aber hat natürlich Nebenwirkungen, wissen wir, Delir, kardiovaskulär und so weiter, vor allem kardialrhythmisch, QT-Zeit und so weiter. Nortriptylin vielleicht ein bisschen besser, gibt es aber kaum noch auf dem Markt, Vendafaxin habe ich genannt. Dann haben wir natürlich die Gabapentin und Dregabalin, interessant, aber was gibt es da für ein Problem bei gärgischen Patienten, was wir dann leider wir wahrscheinlich gar nicht sehen, wenn wir es eindossiert haben. Das kommt auf der nächsten Folie, deswegen wollte ich noch nicht weiterschalten. Ja, Kommen der Nierensvizienz ist eins der Hauptthemen und das kann wirklich schnell gehen. Wir hatten auch einen Patienten, der wirklich eine ausgeprägte Überdosis hatte, war völlig durch den Wind, um das ganz salopp zu sagen, hatte dann auch so Bonusveränderung, tonisch-klonische Krampferlfälle oder so Asterixis, nennt man das, so plötzlichen Tonusverlust, ganz interessant gewesen, aber nicht schön. Aber das andere Problem ist, und das darf man nicht vergessen, die haben so eine Prescribing-Kaskade. Ja, aber so ruckartig oft, so Tonusverlustartig. Neu sagt ja, wir gucken das mal an, wir machen mal ein Video mit Asterixis, Asterixis und Idefixes und Obelixis. In dem Fall sollte man was anderes denken, nehme mich an Verschreibungskaskaden und Gamapentin und Trigabalin, vor allem Trigabalin, machen auch Ödem im Wirkmechanismus mir nicht so klar, aber es ist nachgewiesen und deutlich zu sehen, dass die dann häufiger ein Diuretikum verschrieben bekommen. Das ist eine klassische Prescribing-Kaskade, so wie ich gebe Degoxin, kriege Übelkeit wegen Überdosis, dann gibt es halt Vomix oder sowas, statt zu mal gucken, wie ist denn der Spiegel. Also denkt an solche Verschreibungskaskaden, da finden wir als Skariata auch nicht gefeit davor. Schmerzpflaster noch kurz. Bitte bedenken, bei Hitze und bei wenig Unterhautfettgewebe haben wir echt ein Steuerungsproblem. Wenn es draußen heiß wird, wird meistens durch eine bessere Durchblutung der Haut mehr aufgenommen. Man kann das also nicht so wirklich gut steuern, da helfen auch die modernsten Pflaster wenig und bei karektischen Menschen, Menschen mit einem geringen Unterhautfettgewebe, wird es ganz wenig aufgenommen, als wenn jemand mit 40, so eine Frau mit 45 Kilo und 75 Mikrogramm Fentanylpflaster klebend, dann kann man sich auch fragen, was wird denn davon eigentlich überhaupt aufgenommen, was wirkt denn da überhaupt? Das bitte unbedingt mitnehmen. Denkt an Red Flags, natürlich Interaktion. Ich habe hier eine Liste, das geben wir jetzt nicht miteinander durch, aber es gibt natürlich bei NSAID viel, Ibuprofen und Ass und Metamizol und Ass, übrigens 50% Dosisreduktion. Schaut euch das nochmal an, das ist eine, wie ich finde, ganz praktische Folie, um mal, wenn man therapiert, da nochmal kurz drauf zu gucken, wird natürlich eingestellt bei unseren Partnern, das kann man gerne eben auch nutzen. Warum? Auch, weil man zum Beispiel so Sachen wie Opioide, hat es gerade vorhin genannt, Fentanyl, Tapentadol und so weiter, mit SSRI gerne kombiniert, und dann ein Problem hat, das man vielleicht gar nicht so sieht, nämlich ein Serotonergesyndrom, und die sind so schwer zu erkennen, Serotonergesyndrome, deswegen da bitte drauf achten. Ich sage es gerade nochmal ganz kurz, das ist ganz spannend, dass Sie gerade nochmal reinkamen, diese Serotonergesyndrome werden vielleicht oft auch nicht gesehen, weil ja oft diese Kombination ist, die Patienten haben eine Depression, haben eine Somatisierung, haben Citalopram oder sonst was in ausreichender Dosis und dann noch ein Serotonerg-wirksames Opioid, vergisst man häufig. Ja, und dann, und das ist glaube ich mit das Allerwichtigste, dann komme ich auch zum Ende, ist die Frage, muss ich nicht immer erst, bevor ich solche chronischen Schmerzmedikamente gebe, gucken, was hat der Patient denn für Diagnose? Und es gibt natürlich einige Diagnosen, wo wir spezifisch therapieren. Und dazu gehört uns schon mal wie eine Gicht, da fange ich nicht gleich mit Metemizol an, weil ich weiß ja, dass Steroide oder Colchikum gezielt bei dieser Erkrankung helfen. Bei einer Rheumatiten, Arthritis, sollte man natürlich, wenn wir erstmal versuchen, die zu diagnostizieren, sollte daran denken, weil man ja inzwischen einige Möglichkeiten hat, man hat mehr als Gold, man hat inzwischen verschiedenste DM, Disease Modifying Anti-Aromatic Drugs, bei spezifischen Kopfschmerzen gibt es verschiedene Arten von wirksamen Medikamenten, beim Cluster-Kopfschmerz, O2 oder bei Migräne, Triptane und solche Sachen. Ich glaube, da kann man einige Dinge erstmal, sollte man erstmal ausschließen, ne, Red Flags, bevor man anfängt, dann mit einer klassischen chronischen Schmerztherapie zu beginnen. Und bei Patienten mit Osteoporose, das ist ja unsere Patientin gerade gewesen, sollte man natürlich immer auch Wirbelkreberfrakturen ausschließen, das kam sie von der Unfallchirurgie. Aber man kommt die Patienten ja zu uns mit chronischen Rückenschmerzen. Dann macht man natürlich schon irgendwann mal eine Bildgebung, bevor ich da anfange, mit einer komplexen chronischen Schmerztherapie. Und das alles habe ich in so einem, wie ich finde, wundervollen Algorithmus mit dem Albert Lukas zusammen gebastelt, wo ihr seht, da können wir entlang gehen, okay, chronische Schmerzen. Die erste Frage, die ich stellen würde, und die ist natürlich auch in unserem tollen neuen Geriatriebuch, das ich sehr empfehlen kann, Kohlhammer Verlag, 30% Reduktion, wenn man es über mich bestellt. Wenn es lokalisierbar ist in ein bis zwei Stellen, topisch beginnen, wenn die Wirkung nicht ausreichend ist, Red Flags weiter abklären, dann Basistherapie machen. Ist die Wirkung ausreichend, ist gut, ist nicht, dann kann ich spezifisch weiter therapieren. Und hier sind noch mal so ein paar Punkte, die man betrachten sollte an der Seite. Also ich glaube, damit kann man auch schon ganz gut Schmerztherapie machen. Das ist auch in unserer S.O.P. auf Seite 2. Also schaut es euch an. Und wenn wir jetzt dann am Ende sind, kommen wir auch zur Eingangsfrage zurück. Was würdet ihr sagen, was gilt jetzt hier, und es ist, denken wir uns weg, dass mir so etwas nicht auffällt, nervt mich natürlich. Was gilt bei der Behandlung von Schmerzen? Was würdet ihr sagen? Kann man bei akuten Flangenschmerzen aufgrund Verlierung, wenn das da ist, Morphin aus der Hand spritzen? Man muss Morphin aus der Hand spritzen. Was gilt noch? Schmerzpflasters im Alter vorzuziehen, da auch bei Schluckstörungen wirksam. Wenn jemand eine Schluckstörung hat, kann man da drüber nachdenken, aber so kann man es nicht stehen lassen. Es ist nicht vorzuziehen. NSAID bei 80 plus sind nie induziert, kann man auch nicht sagen. Manchmal sind die 400 Milligramm IBU am Morgen besser als, ich sag mal, wie viele Hydromorphionen. Diclofenac und Celikoxid wirken ähnlich, das stimmt in der Tat, weil die ganzen nah beieinander sind von der Wirkweise auf Prostaglandin, auf die Prostaglandinie, beziehungsweise Cox 1 und 2. Und was würde ich sagen, so Methamizol geht immer? Kann man es doch natürlich nicht stehen lassen, aber es geht schon fast immer. Also Methamizol, ich würde sagen, ist ein tolles Medikament, vor allem, wenn man Risiko und Nutzen betrachtet. Und damit bin ich am Ende. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bin natürlich jetzt wieder, habe viel zu lange geredet, was ich eine Minute Diskussion noch, ganz schrecklich. Aber ich glaube, wir haben ja auch ein bisschen später angefangen, darf man nicht vergessen, deswegen nehmen wir uns doch die vier Minuten Diskussion. Ich freue mich auf eure Fragen. Vielen Dank. Ja, genau, ich mache vielleicht sogar das Video hier, ohne mich schön diskutieren. So, wer möchte fragen? Hat jemand Fragen? Meldet euch. Ich sage mal, hier ist auch noch eine Teilnehmerliste, haben wir die in der Nähe? Kann ich die holen oder klingt die bei dir? Kannst du gerne holen, wenn wir ein Zimmer. Werde mal probieren, ob ich da herkomme. Ja, komm, ich nehme den da. Einer davon ist es. Gibt es Fragen aus Ehingen, aus Ravensburg? Ja, ich glaube, da kommt noch eine Frage. Michael, ich freue mich. Denkst du noch drüber nach oder willst du noch fragen? Ja. Hallo, viele Grüße aus Ehingen. Jetzt hast du so einen schönen Vortrag gehalten und jetzt kommt keine fachliche Frage, sondern nur eine technische Herausforderung, die wir gerade haben. Denn wenn du sprichst und wenn wir die Folien sehen, dann sind wir mit den Folien immer so eine Minute im Rückstand. Das schult dann die geteilte Aufmerksamkeit. Aber habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist ganz interessant. Wir hatten das jetzt neulich auch mal bei Ihnen, hat Herr Zerner nichts gesagt. Ich denke jetzt, dass es bei mir nie ist, obwohl ich ja auch von extern bin. Und wir glauben, dass es in der Tat, weil wir auch von extern hier extra zuschalten, damit wir prüfen, ob das vorkommt, dass das irgendwas mit Zoom und dem Server zu tun hat. Ich meine, das ist ja ein offizieller Account, das ist auch nicht der kostenlose, sodass ich mich echt wundere, dass das passiert. Sonst müsste man zur Not mal versuchen, das mit Teams oder so zu machen. Aber ich würde natürlich ungern, dass es dann für uns wäre, Simone, sie würde es verschlecken. Das tut mir sehr leid. Michael, müssen ihr noch mal eure Geschwindigkeit, was sagt er? Ah, beim Server war es auch wieder so. Also wir prüfen mal, an was das liegen könnte. Wir müssen mal Google Search machen oder bei Zoom direkt nachfragen. Simone, denk mal dran. Der einzige Unterschied ist, dass ich halt Co-Host bin und die anderen nur Diskussionsteilnehmer, aber ob es daran liegen kann, bei mir ist die nicht, diese Verzögerung. Ja, ist komisch. Also wirklich, tut mir leid, aber dann müssen wir mal. Alles gut. Wir hatten das früher nie. Und gut, ihr könnt es ja mal ohne Diskussionsteilnehmer probieren, ob es dann anders ist, aber dann können wir nicht diskutieren. Das ist auch wieder schade. Aber wir haben alles bekommen. Eine Möglichkeit wäre noch, dass wir dadurch, dass ich jetzt den Bildschirm hier freigegeben habe, dass es dauert, bis das Signal quasi des Bildschirms bei Zoom ankommt. Ja. Und wir sollten vielleicht nicht den Bildschirm freigeben, sondern wir sollten das Fenster freigeben. Weißt du, du kannst den Bildschirm freigeben. Ich habe Bildschirm 1, Bildschirm 2 oder ich gebe nur das PowerPoint-Fenster frei. Das versuchen wir mal nächstes Mal, dass wir das vielleicht mit PowerPoint-Fenster machen und dann sagt ihr Bescheid wieder. Bitte gerne einfach sagen, auch Herr Zerner, ob es funktioniert hat oder nicht. Und ansonsten habt ihr natürlich jetzt wieder ein kognitives Training. Definitiv. Herzlichen Glückwunsch und gerne. Ja, dann würde ich sagen, dann lassen wir es doch dabei. Wir sind ja wirklich knapp in der Zeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann noch ein schönes Wochenende. Das war's. Klar. Wollt ihr noch? Vielen Dank.